HostPress ist ein Managed WordPress Hoster und wir sorgen dafür, dass Kunden keinen Stress mehr haben mit ihrer Webseite. Wir ziehen die Webseite kostenlos zu uns um, wir optimieren die Webseite und halten unseren Kunden im Tagesgeschäft den Rücken frei im Thema Hosting. Wir sind heute hier auf dem Cloudfest, weil wir hier Partnerschaften knüpfen, weil wir neues Know-how einsammeln, neue Technologien kennenlernen. Das Cloudfest ist für uns die Messe rund um das Thema IT und Hosting und extrem wichtig hier zu sein. Wir wollten es wissen. Wir wollten wirklich wissen, wer ist denn der beste Webpress Hoster auf dem Planeten? Inwieweit kümmern sich Hosting-Unternehmen denn eigentlich um die Sicherheit ihrer Kunden? Das war wie erwartet, nämlich katastrophal. Wir waren die Besten von allen. Uns ist der Kundenkontakt extrem wichtig, deswegen sind wir auch so per se drauf spezialisiert, wirklich mit dem Kunden telefonisch, per Chat, wirklich das Beste rauszuholen und auf Augenhöhe zu sein. Ich würde ganz gerne einfach dafür sorgen, dass es mehr gibt wie euch, die da wirklich den Service anbieten und gute Qualität liefern und den Kunden wirklich ernst. Die Zukunft des Cloud-Hostings sieht so aus, dass sich viele Firmen noch viel mehr damit beschäftigen müssen. Das Thema ist noch gar nicht zu allen vorgedrungen. Es wird super wichtig, dass wir skalierbare Ressourcen haben, dass wir redundante, sprich mehrfach ausfallsichere Ressourcen haben, weil die Zukunft wird so aussehen, dass alle Prozesse sich in der IT festsetzen und in die Cloud verlagern und dann müssen sie sicher und stabil sein. Das Thema ist noch gar nicht zu allen, dass alle Prozesse sich in der IT festsetzen und in der IT festsetzen und in der IT festsetzen und in der IT festsetzen. utilisierte Ressourcen Because of the